So, da wir jetzt den zweiten Plan Schlüssel gefunden haben, habe ich jetzt auch wieder den Faden gefunden, wo ich eigentlich hätte hin sollen, äh, wo ich hin sollte. Deswegen bin ich jetzt hier völlig durcheinander gekommen. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen vorgegriffen, habe schon die Seite gemacht, wo ich hätte in die andere Tür gemusst, aber das macht jetzt auch nichts mehr aus. Ja, hierfür habe ich schon zwei Teile. Was ist denn jetzt hier? Geh ich mal hier hinein noch? Na komm. Mal gucken, was jetzt hier hinten war. So. Ah, da war ich doch schon. Okay. Ach Mist, hält das mal. Halt. Hier drauf. So, hier ist auch alles erledigt. Ah, die Trüger, da waren hier Münzen oder sowas drin. Ah, da bin ich ja wieder hier. Da, ich komme ja wieder raus erst mal. Ich hoffe, dass ich jetzt alles habe. Da, aber wir sind jetzt ja wieder hier vorne am Anfang. Da gehe ich jetzt erst mal wieder hier hoch, die Treppen. Kannst du mal den Schlüssel hier nehmen? Schwierische Sache. Das ist falsch. Da war es die Linke. Hm. Aber ich finde, das ist, denke ich mal, egal, welche Tür man als erstes öffnet. Wenn man danach auch dorthin geht, wo ich jetzt gewesen bin und danach gleich die andere blaue Tür öffnet, dann geht das. Na ja, jetzt bin ich ja hier. Ja. Ja, ist doch gut. Hier kommen wir auch später dazu. Hier gehe ich jetzt auch noch nicht hin. Fools Münzen. Ich nehme jetzt das Ding hier. Hier ist nochmal Dreifach Dreifach gesichert, ja, die das. Na, wenn man zurück. Da, klar, alles mit ein Ritt gemacht. Hier war ja jetzt nichts weiter. Eisengewicht brauche ich eigentlich nicht, aber naja. Da war so viel übrig am Ende dann. Ich weiß nicht, wo was wir das brauchen hier. Oh, was muss ich jetzt hier umlegen? Muss ich überlegen. Nee. Ah, ist doch schon vorbei. Okay. Ja, früher als Kind hat man ewig gesessen. Ewig und drei Tage. Jetzt macht man das in zwei Minuten. Das nervt mich so damals. So, wie war ich denn jetzt hier? Drei. Da fällt eins. So. Upsala. Kommt gar nicht durch. Das ist ein Geist. Er kommt nicht durch. So, was gibt es jetzt hier nur zu entdecken? Na. Ich mache das manchmal mit Zufall, dass ich das einfach öffne. Ach, cool. Danke. Hier geht es auch wieder zum Dachboden hoch. Ja. Hammer und Meißel, damit macht man Steinskulpturen. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, und hier ist... Hier ist der Anfang des Dachbodens und hier haben wir jetzt das Teil gefunden. Ja, hier brauchen wir jetzt auch nicht mehr hochgehen. Vorerst nicht mehr... Brauchen wir jetzt nicht mehr... Erstmal den Dachboden betreten. So, und das bin ich jetzt auch fertig. Ich habe zwei grüne Schlüssel. Drei Puzzle. Drei von dem und drei von dem. Das ist aber immer noch nicht komplett. Ich habe jetzt... Zwei Puzzle-Teile. Äh, zwei Puzzle. Wo je eins fehlt. Ja, also hier können wir auch wieder komplett raus. Hier haben wir jetzt alles erledigt soweit. Jetzt muss ich erstmal lesen, ob ich hier... Nein, hier lohnt es sich, es noch nicht reinzugehen. Ja, also das kommt viel später oder auch bald. Kommt drauf an, wie schnell ich hier bin. Ja, hier muss ich erstmal wieder zurück ins Feuer. Hier sind wir sowieso gleich wieder. Die linken Eingang, also hier hoch. Ja, hier war ich... Ja, hier war ich auch schon gut. Geradeaus. Was habe ich jetzt hier drinnen? Rauch-Ikonen. Oh. Ach, das habe ich doch jetzt schon alles gemacht. Brättern, ja. Hier waren ja Brättern. Und das habe ich ja jetzt schon erledigt gehabt, weil ich jetzt... Ich habe das ja rumgedreht gemacht. Als wie ich es oft geschrieben hatte. Ja, jetzt... Ich kann ja höchstens mal... War das jetzt hier unten gleich? Muss ich erstmal gucken. Ne, das ist... Bei den Bildern unten, das geht irgendwann auch noch auf, aber bis jetzt ist es noch zu. Ja, jetzt wird es beschissen. Also ich gehe jetzt noch mal... Hier waren ja nur die Bretter hier. Gehe ich jetzt erstmal nochmal hier rein, weil ich habe offenbar... Was vergessen. Ja, hier waren wir ja auch gerade. Den Weg nach rechts. Hier waren wir auch gewesen. Aber ich habe es doch alles gemacht. Ja, hier will ich später nochmal rein. Hier ist auch alles erledigt. Hier auch. Und hier war ja der Stretch. Bei den zwei Luftschäften war ich auch. Hm, das ist jetzt schwierig. Wo ging es jetzt weiter? Mensch, geh doch mal rein. Aufhau. Ei. Nein, hier ist es gar nicht. Aber manchmal kriegt man Geldsäcke oder so, aber hier ist diesmal nichts gewesen. Na, da fliegst du schon wieder zurück. Irgendwann muss es ja weitergehen. Hm. Hm. Ja, das mache ich später, weil... Sonst komme ich hier komplett durcheinander und das bringt mir auch nicht an. Ich weiß am Ende, wo es zu finden ist. Ja, also kann ich erst mal komplett wieder raus. Weil hier ist jetzt weiter nichts zu tun. Ach so, alles klar. Hier ist dann noch dieses... ...Ikone hier. Das Loch hier. Ich muss mal hier gucken, ob es was Interessantes gibt. Na. Ja, hier haben wir ja auch schon alles gemacht, soweit. Ach so. Ah, jetzt sind wir hier. Das kommt auch viel, viel später. So, war ich hier schon gewesen? Ach nee, hier war es noch nicht. Naja, gut. Gut, dann muss ich erst mal jetzt auffüllen wieder. Halt. Kann ich da öffnen. So, erst mal hier hinten gucken. War ich schon. Okay. Grüne Tür. War ich auch schon. Gut, also hier rüber. Hier war so ein Zimmer hier. Und... ...